Herzlich Willkommen zurück bei Resident Evil 4. Ich bin der Black Dragon und begrüße euch. Beim letzten Mal sind wir so grandios gestorben. Wir hoffen das passiert nicht wieder. Du hast nichts für uns. Geh weg. So, das überspringen wir mal. Haben wir letztes Mal schon gesehen. Und die Katzine auch. Ich hoffe das kann man überspringen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, kann man. So, wir nehmen direkt die Pump an. Lassen wir wieder alles verbarrikadieren. Ja, ja, ihr bleibt draußen. Du Kumst hier drin. So, diesmal verstecken wir uns oben. Was noch? Warten wir mal bis wir kommen. Wenn sie wollen. Na egal. Oh, da kommen sie doch schon. Klar. 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 Ja, das sieht. Ah, Pissflit. Ja, kommt. Genug für alle da. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Und dafür sind die Blends halt gut. Ja, los Leon nach oben. Erstmal heilen wir uns. Ach, reicht. Ich nehme das, was gab wir uns. Jetzt komme ich auch noch durch die Fenster. Viel Spaß. Alter, jetzt tu mal was für dein Geld. Hier bleibt draußen. Damit das klar ist. Wir auch. Und hier hast recht. Wollt ihr es nicht verstehen? Hier. 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 Hier bleibt draußen. Hier auch. Schon wieder so ein Vieh. Hier. Da geht die Muni dahin. Das war's. Endlich. Noch ein guter Schluck Kaffee. Bis später. Bis später. Ja. So. Das war's mit dem Kapitel. Ja, zwei Tode. Bin auch begeistert. 52. 86. Ja. Und den Rest kann ich leben. Aber mit Ashley an der Backe nicht. Diese Planschkuchen. So. Mal schauen, was es hier sonst noch so gab. Noch die habe ich eingesammelt. Nichts mehr. Na, Ashley war schön in den Schrank. Er ist drin bleiben können. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Weiter. Aber erst mal andere Waffe. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Bei dem Wetter sieht man jetzt so viel. Ah, mein Freund der Endler. Oh, was kommt jetzt? Mal eben schnell durchlesen. Hm. Ja. Problem ist, um die Maske vollständig zu kriegen, müsste man beide Wege gehen. Aber wir gehen nur einen. Hast du noch was Neues für uns? Aktualisieren. Da bin ich mal gespannt. Pistole, Punisher, TMP. Ne. Haben wir was für dich? Ja. So. Wir gehen. Wir gehen. Aber vorher speichere ich nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob links oder rechts. Ich bin mir da gerade ziemlich unsicher. Deswegen können wir nochmal speichern. Da. Weil auf einen L-Gigant habe ich gerade keinen Bock. Einmal hat mir gereicht. Mal in das Dokument nochmal gucken. Karte, Details. woanders hier. Ach so, so sieht man das auch. Aber ich will... was anderes gucken. Wo sind die Dokumente? Dateien? Ja. Ah ne. Wo ist sie denn? Zwei Wege. Hier? Hm. 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 woah. Ich glaube, es war der Linke. Können wir jetzt nur hoffen. Links. Und? Wie sieht es aus? Ja. Weil hier haben wir den Vorteil, wir können auch die Esch hier verstecken. Wie sie es gehört. Zack. Versteck dich. Kannst du ja am besten. Komm her Junge. Muss er nicht gleich den Kopf verlieren. Ui, 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 ui. Du auch. Du bleibst liegen. Ach, der hat auch noch so ein Vieh. Verloben. Ich habe davon noch mehr genügend Munition. Hier ist noch ein Stück Kaffee. So. Wo seid ihr denn? Da ist schon mal einer. Hallo mein Freund. Tschüss. Wo? Was ist das so eilig? Anscheinend. Ah, Alter, ich will die Ashley holen. Ich kann hier so nicht spawnen wie Weltmeister. Kebum. Danke. So. Komm Fifi. Bewege deinen Arsch. Und jetzt versteck sie hier. Während Onkel Leon einiges zu tun hat. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ist das aufregend. Aber gehen wir mal da runter. Nein, nicht um. Aufstellen. Ui. Ja, die kommen nämlich hier. Vielleicht zweimal. Wir sind ja nicht blöd. Wir suchen uns eine schöne Position. Ne, du sollt. Weil von hier können sie nicht von links oder rechts kommen. Nur aus einer Richtung. So, Freunde. Da wollen wir mal. Kommt, Onkel. Habe ich eine Granate? Ja. Und die mit dem blinkenden Ding auf der Brust brauchen wir. Aber ich glaube, die hat einen Schlüssel. Wollt ihr mal sterben? Das war die eine. Bleibt jetzt liegen. Danke. 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 So. Sind hier noch welche? Ich höre die Musik noch, aber sehe gerade keinen. So. So. Und wo ist jetzt hier der Schatz? Hm. Da hinten. Und darin ist ein Gegner. Und das war's. Mal nicht. Dass er ihn umschmeißt. Was haben wir hier? Ja. Sie haben den Schlüssel verwendet. Zum Beispiel, ob ich hier damals immer mit der TMP aufkommt. Aber so geht's auch. Dann stellen wir wieder den Leiter auf. Und rufen Fifi. Komm, du Planschku. Wir müssen weiter. Ach ja, du kannst ja nicht... Lern Leiter klettern. Hoch kannst ja auch. So. Können wir mal umgesehen. Rein da mit dir. Hier kommt. 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 Und tschüss. Oh. Ich hasse diese Küppe. Haben wir noch ein paar Blendgranaten. Roundhouse Kick hier. Wie gerne hätte ich jetzt eine Granate. Ah, die ist mir zu nah. Geht weg. Nachladen. Ja. Ach, Mensch. Nein. Oh. Nein. Tschüss. Auf den Scheiß zu schmeißen. Ah, nee. Komm. Komm doch. So blöd zum Tür öffnen, oder was? grönt durch. Ah. Mein Gott. Wie viele denn noch? War's das? Jo. Echt? Ja, der Weg mit einer Gigante wäre noch blöder gewesen. Da hätte ich zig Anläufe gebraucht. Was ist das hier wohl? Nehmen wir uns nochmal ein Kraut. Und da geht die ganze Muni dahin. Ah, aber haben wir genügend Pistolen-Muni. Ne, wo bin ich denn gerade hier gewesen? Hier. Was haben wir hier? Na toll, jetzt kriege ich eine Granate. Die ich jetzt auch nicht mehr brauche. Guck ich die an. Also bringt uns dieser Raum hier gerade nicht viel. Ja, aber dann mit dem Schatz. So. Und den haben wir auch. Und dann holen wir mal Fifi. Und gehen weiter. Lass mal die Lage checken hier. Ach ja. Ach, kann man das nicht? Teilweise sind da auch noch Spiegel drin. Aber hier war nichts. Schade. Komm Fifi. Bei Fuß. Boot, 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 boot. So, da hätten wir den Weg auch geschafft. Und sind wieder im Freien. So. Und hiermit bedanke ich mich. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben. Und hiermit verabschiede ich mich. Euer Black Dragon. Bis zum nächsten Mal.